Bhagavad Gita, viertes Kapitel, Transzendentales Wissen, Vers 4.1 Der höchste Herr sagte, ich offenbarte dem Sonnengott Vivasvan, diese unvergängliche Wissenschaft des Yoga. Vivasvan unterwies Manu, den Vater der Menschheit darin, und Manu wiederum gab dieses Wissen an Ikshvaku weiter. Erklärung Hier finden wir die Geschichte der Bhagavad Gita, die sich in ferne Zeit zurückverfolgen lässt, als sie dem königlichen Stand, das heißt den Königen aller Planeten, verkündet wurde. Diese Wissenschaft ist besonders für den Schutz der Bevölkerung bestimmt, und daher sollte der königliche Stand sie verstehen, um fähig zu sein, die Bürger zu regieren und vor der materiellen Bindung an die Lust zu bewahren. Das menschliche Leben ist dazu bestimmt, spirituelles Wissen zu entwickeln, das in ewiger Beziehung zum höchsten persönlichen Gott steht, und die Oberhäupte aller Staaten und aller Planeten sind dazu verpflichtet, dieses Wissen den Bürgern durch Erziehung, Kultur und Hingabe zu vermitteln. Mit anderen Worten, die Oberhäupte aller Staaten sollten die Wissenschaft des Krishna-Bewusstseins verbreiten, so dass die Menschen diese große Wissenschaft nutzen und einem erfolgreichen Pfad folgen können und die Gelegenheit der menschlichen Form des Lebens wahrnehmen. Vivasvan ist der Sonnengott dieses Zeitalters. Er ist der König der Sonne, die der Ursprung aller Planeten im Sonnensystem ist. In der Brahma-Samhita sagt Brahma, Lasst mich den höchsten persönlichen Gott, Govinda, Krishna, verehren, der die ursprüngliche Person ist und unter dessen Anweisung die Sonne, der König aller Planeten, unermessliche Energie und Hitze annimmt. Die Sonne repräsentiert das Auge des Herrn und nach seiner Anweisung folgt sie ihrem Lauf. Die Sonne ist der König aller Planeten und der Sonnengott, in diesem Zeitalter ist es Vivasvan, regiert den Sonnenplaneten, der alle anderen Planeten kontrolliert, indem er sie mit Wärme und Licht versorgt. Das Sonnenplanet dreht sich unter der Aufsicht Krishnas. Sri Krishna offenbarte die Wissenschaft von der Bhagavad-Gita seinem ersten Schüler Vivasvan. Die Gita ist also keine spekulative Abhandlung für den unbedeutenden weltlichen Gelehrten, sondern ein grundlegendes Buch des Wissens, das uns seit unverdenklichen Zeiten überliefert wird. Im Mahabharata Shantiparva 348.51-52 können wir die Geschichte der Gita zurückverfolgen. Zu Beginn des Treta-Yuga wurde diese Wissenschaft von der Beziehung zum Höchsten von Vivasvan an Manu weitergegeben. Manu, der Vater der Menschheit, lehrte sie seinen Sohn Maharaja Ikshvaku, den König der Erde und Vorvater der Rago-Dynastie, in der Sri Ramachandra erschien. In der menschlichen Gesellschaft gab es die Bhagavad-Gita, also seit der Zeit Maharaja Ikshvakus. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind erst 5000 Jahre von den insgesamt 432.000 Jahren des Kali-Yuga vergangen. Vor diesem Zeitalter gab es das Tvapara-Yuga, 864.000 Jahre, und davor das Treta-Yuga, 1.296.000 Jahre. Manu sprach die Bhagavad-Gita, also vor ungefähr 2.165.000 Jahren, zu seinem Sohn und Schüler Maharaja Ikshvaku, dem König der Erde. Das Zeitalter des gegenwärtigen Manu wird auf ungefähr 305.300.000 Jahre geschätzt, von denen bisher 120.400.000 Jahre vergangen sind. Wenn man akzeptiert, dass die Gita vor der Geburt Manus vom Herrn zu seinem Schüler, dem Sonnengott Vivasvan, gesprochen wurde, dann wurde die Gita vor mindestens 120.400.000 Jahren verkündet, und in der menschlichen Gesellschaft gab es sie danach für 2.000.000 Jahre. Vor 5000 Jahren sprach der Herr die Bhagavad-Gita erneut, diesmal zu Arjuna. Das ist der grobe geschichtliche Überblick der Gita, wie wir ihn, den Aussagen der Gita und ihres Sprechers, Shri Krishna, entnehmen können. Sie wurde zum Sonnengott Vivasvan gesprochen, da dieser ebenfalls ein Kshatriya und der Vater aller Kshatriyas ist, die Nachkommen des Sonnengottes bzw. Suryavamsha Kshatriyas sind. Da die Bhagavad-Gita vom höchsten persönlichen Gott gesprochen wurde, ist sie den Veden gleichwertig, und ihr Wissen wird daher Aparu-Sea, übermenschlich, genannt. Und da die vedischen Unterweisungen ohne menschliche Interpretation so akzeptiert werden, wie sie sind, muss auch die Gita ohne weltliche Interpretation akzeptiert werden. Weltliche Streithähne mögen über die Gita in ihrer eigenen Weise spekulieren, aber was dabei herauskommt, ist nicht die Bhagavad-Gita, wie sie ist. Die Bhagavad-Gita muss akzeptiert werden, wie sie ist, durch die Nachfolge der geistigen Meister. Und hier wird gesagt, dass der Herr sie zum Sonnengott sprach, der sie an seinen Sohn Manu weitergab, und dass Manu sie seinem Sohn Ikshvaku erklärte.